moin moin herzlich willkommen zurück wie gesagt wie beim letzten mal gleiche konstellation gleiche leute auf dem server nur ein bisschen andere teams leicht verändert nicht großartig und so na ja gut wir sind hier wie ihr sehen könnt auf caspian border ich fliege heute mal nicht aber ich hoffe ihr habt trotzdem spaß dabei sind wieder winchie und den wie im letzten mal auch jawohl den mann den hatte ich eigentlich ins andere team gepackt zu fahren mache ich hier ist der panzer fahrer vor dem herr siehst du dann gehe ich bei euch auch mit in den panzer und dann machen wir mal so eine 3er team schwein der party im panzer gehen ab und an mal als als infant fest raus und sterb dann durch irgendeine blöde rakete das ist doch voll der ist voll der gute plan und jettbewerbe fahrer weiter darfst du hier gerne auch vieles mit das schieße nachdem entgegen ist das so ja ja der jettbewerb war so hoch das ist eine herrliche atmosphäre hier ja der konvoi war gut die sonne ist natürlich irgendwie na ja schon so eine genki dama aber für eine stille wiesen der wind weht ja die geschosse pfeifen durch die gegend ich sehe überhaupt nichts wegen der explosion ich stecke aus der auch nichts sag mal an wenn er wieder kommt denk wo ist der heli unter mir ist auch ein panzer ich bin panzer down da ist in einem schuss ist es ja hier ok special skills oben auf dem hilltop ist noch ein infant fest springt runter rechts und rechts von uns ich sehe hier auch nur blätter ich gehe mal zu bravo vor aber da kommen was durch den fluss fahr mal kurz ein bisschen geradeaus bis du diese lücke da in diesem feldsformation hast und dann guck mal runter auf die flagge da sollte jetzt nimmer kommen ja da ich bin gespottet hab ihn ja nice sehr schön und faddy da ist noch irgendwo einer ja ich hab ihn gespottet da kackt Bäume ich sehe überhaupt nicht was um uns herum passiert irgendwo vor mir da ist er mein kill nicht weil er genau im bauch ist da jetzt seh ich ihn oh da ist noch was jetzt seh ich mich noch nicht oh das sind Bäume ist ja wirklich na warte mal jetzt kommen außen rum super nervig habt ihr da jemanden gekillt nein ja nicht zwei sind hier noch ja ich glaube es ist einer denn ok soll ich da rein laufen in die in die Kistruhe kannst du ruhig machen ja ich laufe außen rum ok wo sind sie denn verschwinden da nicht einfach komisch da ziehe ich gerade keinen mehr ne gut ich komme wieder zu dir rein kommen sie rein können sie raus kommen ach auf der straße was was und daneben ja rechts rechts in der straße hier hier rechts hier rechts ja schweiler wow 99 km ist das hier war aber noch hier war aber noch was ja ich hab noch eben ein gespottet aber ich sehe nicht hab ihn oder einen habe ich weiß nicht ob da noch was ist warte na dann lass uns mal zu delta obwohl bravo auch schwede weg ist unfassbar wenn wir schon hier sind gleich wieder umrennen vielleicht können wir ja auch einen zweiten tank mitnehmen hier ja achte mal drauf auf der tank spawnt den helikopter ist über euch ne passt auf winchi wenn du ihn treffen kannst ja ne er ist zu hoch ne nix linken drauf war auch leicht enthusiastisch oh come on ich hab den noch grad getroffen ah ich fliege battle boah der panzer ist auf mich verschaffen ich hab dich in den namen mann bleib stehen ich hab mit heute ja da hast du dich da hast du dich gerade selber gekillt ich hab einen panzerstatt gekriegt ich wusste nicht vom bruder deswegen war ich grad immer orientiert das ganze squad ausgestaltet der aimscale ja war gut gemacht ja ähm wo seid ihr ne 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 binchi hier direkt auf dem tank am geiern hehehe da habe ich einen geht doch schnell ne ich fliege kein jet muss die gerade widerstehen tank und ich bin verschmolzen ich höre sie mal ein bisschen den heli dass er nicht nicht so gut retten kann damit er die ausmau geht an visieren äh diese dinge war nicht schlecht da geht der form der panzer da hinten ich glaube der ganze rote packer wenn du den siehst die markierungen die 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 aussteigen reparieren schnell vor den nächsten kommt kacke ja die down sehr schön alles klar wieder rein treff den da hinten nicht weiß es nicht ja dann fahr vor versuchst du nicht so zu machen ich meine wir haben doch eh die bessere wir können doch eh besser reparieren sind wahrscheinlich besser koordiniert oh nice sah cool aus ich hab leider nicht hingeguckt boah ich hab auf alles andere geachtet außer auf das wir müssen mal irgendeine flagge holen lass uns mal fahren wir erst im panzer phil top oder ja wayne nö würde ich nicht fahren phil top ist halt als panzer unfassbar schwer einzunehmen wenn da irgendwie ein spot und davon haben wir im gegner team ein paar einigermaßen ordentlich koordiniert spielt dann hast du keine chance das stimmt du stehst ja quasi auf so einer spitze und musst halt runter schießen und das kannst du halt als konzern ist so gut ja steig mal ausschließende raketen ja komm man geht der echt daneben kommt uns fehl ja das war cool sag mal mit dem jetlock ja fahr mal auf irgendeine flagge rauf auf delta am besten ich glaube nicht das hat charlie kriegen wir müssen einfach nur dann bravo und delta verteidigen ja oh das ist jetzt ohne scheiß an der felge gedastet ja passiert über uns helikopter an der felge zeiten sind vorbei hinter bin ich unter uns ist ein jabschild rausgesprungen ja hinter uns irgendwo ich hab ihn gerade auch gerade gesehen wie ich sagte ja ich hab ihn gerade auch gerade gesehen deswegen ja hier stehen ja schon ein paar Panzer dann fahr mal am besten durch zu bravo da wird uns gleich angegriffen werden bin mir ziemlich sicher ich bin mir meine reaktive wieder dran machen klar von allen seiten weg naja ran nochmal dankt und wieder radneu ne glaub ich da ja mensch fahr doch ah Mann Junge fahr doch nicht so dass ich ihn nicht treffe hab ich nicht gesehen dass da einer war rechts ist noch einer irgendwo beim Haus irgendwo beim Haus irgendwo beim Haus hol ich mir jetzt den Spasti da da einer ist da irgendwo noch ich hab dich ja Panzer kommt von wo von der Base hinter mir irgendwo du scrapped? ja ich war gerade reaktiv und da hinten ist der Panzer M4 Achtung Krakate aua bei der Brücke ja ich sehe komm jetzt ab der schießt Fidi äh shit reparieren oh da kann ich immer damit in meiner Ruhe haben oh ist doch schön so Fidi Achtung 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 wenn du wenn du wenn du gerappt wirst dann musst du mit Steuerung fahren dann können wir auch hinterher laufen ja wenn du so weg fährst dann fährst du aus unserer Reparatur Range und wir sterben einfach kläglich ah ja der Aimskill wieder das macht er echt gut das macht er echt gut ich greffe ja wirklich absolut gar nichts mehr mein Panzer ich hab jetzt auch das Stinger mitnehmen können ich Depp ja und so sieht das aus wenn man lange kein Battlefield spielt mach ich das mal mit der Stinger dann kannst du äh weiter mit Paketen ja und überfordert ah der Heli ist schon noch gerade weg gewesen Kundschaft hier auf der anderen jo auf der anderen Seite ist was wo weiß ich nicht wo auf dem rechten Gebäude da ist er da ist er ja hab ihn aua nice der andere auch tot da wird garantiert noch mehr sein nur einen gesehen von vorne ich quasi tot der andere hat auch verkauft oh nein ich gehe auf dem Startraum ah da hätten wir den Tau boah Metal RPG wieder Aimskill das gibt's aber nicht ach guck mal ach guck mal hab ihn sehr schön sehr gut äh charlie läuft für uns alles klar da steht ein Panzer wo 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 nicht mehr ist gerade geplatzt ja gut jo dann können wir hier ein bisschen bleiben und verteidigen uns mal ein bisschen aufteilen ich gehe hier in das zerstörte zweistöckige Haus guck mal hier rein ich gehe mit den gucken wenn hier irgendwas kommt möglichst zeitnah zersprengen achten bleibt jetzt einfach unten dein Baum dein Baum dein Baum komm hoch komm hoch komm hoch ach die waren bei mir oben drauf ja hier unten in dem Haus noch welche drin ach so ich hab zwei gekillt ja das äh ja wir sparen sonst da ist noch einer gesparen bleib safe bleib safe oh shit ja gut wir können bei wir können bei Delta spawnen jaa Mist ach ja ach ja wo bist du gespawnt denn bei Delta ok dann bleib mal safe irgendwo irgendwo verstecken einfach nur irgendwo verstecken bis ich da bin genau direkt da dankeschön rechts 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 der Cowboy hat mich aber fight makker bekommt er dürfte nicht mehr viel haben uns gespottet hab ihn nice oh ok jetzt raus oh boah Junge ja schreibt gerade jemand in Runde ein bisschen kurz aber ich finde die normale Ticketzahl eigentlich ganz in Ordnung ich meine gut das mag jetzt hier vielleicht doch wirklich ein bisschen kurz gewesen sein aber auf anderen Maps ist es halt so angenehm 15 bis 25 Minuten Runden zu haben ja ja ich mag die Delta Flagge hier so unglaublich gerne das habe ich in einer ähm Beta schon immer gemacht als dieser Open Beta war mich dann mit dem G36 hingesetzt und so einem Arcog Scope oder sowas und dann einer Panzerfaust und dann da auf die Panzer gewartet das war so wahnsinnig kleine Zecke ja vor allem du kommst so aus diesem Battlefield BC2 und sowas raus und sowas und CS habe ich damals noch ein bisschen gespielt und dann hast du dieses Spiel was so wunderhübsch aussieht und so super toll zu spielen ist das war schon echt eine Offenbarung ja so äh hm ein bisschen Nostalgie Runde äh ja ich hoffe es hat euch gefallen war wie gesagt ein bisschen kurz 12.45 aber ja kommen ja noch ein paar mehr wir haben jetzt noch eine Runde und äh die kommt natürlich auch in einem neuen Video gut dann äh bis zum nächsten Mal viel Spaß beim nächsten Video ich hoffe ihr guckt wieder vorbei und ich muss die Map jetzt gleich nochmal ändern so bis denn tschö hau ran tschau